Dieses gute Stück neben mir, das ist die Montaigne Minimus Light Trail Running Jacke und was diese auf dem Kasten hat, das erfahrt ihr jetzt. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Jörn und das hier neben mir ist, wie schon gesagt, die Montaigne Minimus Light Trail Running Jacke. Als ich vor knapp elf Jahren mit Trail Running angefangen habe, war meine erste Jacke tatsächlich auch von Montaigne und zwar die Minimus ohne Light. Und ich war damals ziemlich angetan von einem guten Stück. Ist ja auch kein Wunder, weil Montaigne, wer es nicht weiß, ist eine britische Marke. Das heißt, die haben relativ viel mit Regenwetter zu tun und da kann man natürlich auch erwarten, dass die da relativ gute Regenjacken auf den Markt schmeißen. Und ich war dann tatsächlich aber ein paar Jahre mit anderen Herstellern unterwegs, also mit anderen Regenjacken von anderen Herstellern. Und umso gespannter war ich jetzt, wie die Montaigne Minimus Light denn so performt und durfte die jetzt auch ein paar Mal testen. Und was ich für eine Meinung zu dem guten Stück habe, das erfahrt ihr gleich, aber vorher schauen wir uns kurz noch die Features an. Montaigne hat bei der Minimus Light das sogenannte Pertex Shield Material verbaut. Das ist ein zweieinhalb Lagen Material, ist natürlich wasserdicht, sonst würde man hier nicht von einer Regenjacken sprechen. Und wir haben natürlich eine gute Atemaktivität dabei, was beim Trailrunning auch sehr von Vorteil ist. Und zudem hat das Material auch so einen ganz leichten Stretch. Was man außerdem sagen kann, ist, dass es sich relativ weich anfühlt. Also es fühlt sich gar nicht so sehr nach Hardshell an. Es ist eher so ein bisschen Softshellig vom Griff her, was natürlich auch den Tragekomfort erhöhen soll. Trotz des geringen Gewichts von gerade mal 215 Gramm in Größe M, hat Montaigne es geschafft, hier noch ein paar coole Extras verbauen. Klar, wir haben zwei Seitentaschen, damit ihr irgendwie Verpflegung, Smartphone, was auch immer vor der Nesse geschützt werden soll, da drin verbauen könnt. Ihr habt hier unten einen kleinen Kordelzug, was auch immer cool ist, wenn natürlich der Wind viel bläst, dass ihr einfach die Jacke ein bisschen besser abschließen könnt. Die Ärmelbündchen sind elastisch, das heißt, die schließen hier auch so ein bisschen ab. Ihr habt natürlich eine Kapuze dran, auch die kann nochmal angepasst werden. Und die hat ein kleines Schild dran, also hier vorne, damit auch da einfach ein bisschen mehr Wetterschutz, ein bisschen mehr Sichtschutz da ist. Und die Reißverschlüsse sind zudem alle laminiert, dementsprechend wasserabweisend, sodass da auch nichts durchdringt. Ja, so viel mal in aller Kürze zu den Features. Wenn ihr die ausführlich nochmal nachlesen wollt, schaut doch bei unserem Shop vorbei, da könnt ihr das tun. Den Link zum Produkt haben wir euch natürlich unten in die Shownotes gepackt. Kommen wir jetzt zum wichtigen Thema. Wie schlägt sich das Ding eigentlich auf dem Trail im Einsatz? Was mich neben der Wasserdichtigkeit bei einer Laufregenjacke natürlich auch besonders interessiert, ist das Thema Atmungsaktivität. Und hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen einordnen an der Stelle, denn ihr werdet wahrscheinlich am Markt keine Regenjacke finden, die euch in allen Situationen trocken hält. Das ist rein physikalisch wahrscheinlich schon nicht möglich, weil Regenjacke haben natürlich immer so ein bisschen eine Limitation beim Feuchtigkeitstransport, schwieriges Wort. Außerdem kommt es einfach auf sehr, sehr viele verschiedene Faktoren an. Natürlich euer eigenes Schwitzverhalten. Wenn ihr viel, viel schwitzt, dann muss natürlich auch viel Flüssigkeit abtransportiert werden. Das ist dann natürlich relativ schwer und bringt so ein Material dann schon auch an seine Grenzen. Aber, und das muss man auch sagen, es ist immer besser, wenn ihr von innen warm nass werdet, also durch euren Schweiß, durch eure Körpertemperatur, als wenn das Wasser von außen an euren Körper drankommt, vielleicht noch mit Wind. Das sorgt dann dafür, dass es auskühlt. Hier muss ich sagen, hat die Montaigne Minimus Light tatsächlich relativ gut performt. Ich bin auch gerade gestern noch mal ohne Regen zwar, aber bei ja so 7, 8 Grad und leichten Wind relativ steil bei uns die Burg Hohen Neufenhof. Das war schon relativ anstrengend. Ich bin gerade nicht so gut in Form, aber ich hatte tatsächlich relativ kleine Schweißränder, als ich oben war. Also ich hatte kurzemliges Unterhemd drunter. Das war dann ziemlich perfekt. Was die Wasserdichtigkeit angeht, auch hier würde ich sagen, top bei einem Lauf. Da war so richtig Schmuddelwetter, da hat es geregnet, da war Wind, wir hatten nur leichte Plusgrade. Ich hatte da ein langärmliges Merino-Unterteil dabei, extra in hellgrau angezogen, damit ich gucken konnte, ob was durchkommt. Und auch hier, ich hatte leichte Schweißränder unter den Armen, aber die Schultern, was ja oft so ein Indiz ist, wo es meistens reinkommt, die waren trocken und ich bin auch viel mehr kaputt gelaufen. Das heißt, auch da konnte ich gucken, die paar Haare, die ich nur auf dem Kopf habe, die waren trocken. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Was mich auch sehr positiv überrascht hat, ist die Haptik des Materials. Ich habe ja schon gesagt, es mutet eher so ein bisschen Softshellig an. Dadurch habt ihr natürlich auch einen hohen Tragekomfort und wir haben so einen leichten Stretch, was natürlich sehr bewegungsfreundlich ist. Ich habe die Jacke in Größe M. Dadurch liegt sie relativ körpernah an. Falls ihr ein bisschen mehr Luft braut oder auch für mehr Lagen unten drunter, könnt ihr sie in L nehmen. Da hätte sie mir auch noch gepasst. Wie gesagt, mit einfach ein bisschen mehr Luft drunter. Was mir auch ziemlich gut gefallen hat, ist, dass die Kapuze ein bisschen anpassbar ist. Ich finde das immer total schrecklich, wenn man eine Kapuze aufzieht, wo kein Kordelzug oder so dran ist und die schlecht geschnitten ist und man den Kopf dreht und dann halt die Innenseite der Jacke sieht. Das ist irgendwie dann immer blöd. Das hat Montaigne hier super gelöst. Wie gesagt, auch hier das Verhältnis von Gewicht zu Features. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Was wir auf jeden Fall auch noch erwähnen können, ist die Packbarkeit. Also sie ist relativ klein verpackbar und passt da irgendwie auch gut in jeden Trailrunning Rucksack rein. Unterm Strich würde ich sagen, dass die Montaigne Minimus Light sowas wie eine klassische Laufregenjacke ist. Im besten Sinne des Wortes. Also sie ist nicht die fanzigste mit den tollsten Farben, aber sie bringt einfach das, was sie soll. Sie ist dicht, sie ist atmungsaktiv, sie hat zwei Taschen, sie hat eine gut anpassbare Kapuze, einen anpassbaren Bund. Sie wiegt nicht viel und ist gut verpackbar. Ich meine, was will man von einer Trailrunning Jacke mehr? Was man natürlich sagen muss ist, sie ist natürlich nicht die leichteste Jacke am Markt. Ob jetzt 100 Gramm mehr oder weniger, aber da noch einen Ausschlag geben, weiß ich nicht. Zumal man bei den noch leichteren Jacken oft dann noch mehr Abstriche machen muss. Zum Beispiel haben die dann oft keinen Kordelzug gebund, sie haben meistens nur eine Tasche. Und gerade wenn ihr eben Trailrunning Einsteiger seid zum Beispiel und erstmal euch ein bisschen rantasten wollt, gucken wollt, in welche Richtung wollt ihr überhaupt gehen, dann ist die Montaigne Minimus Light wirklich, glaube ich, für euch perfekt. Und man kann auch sagen, dass der Preispunkt, sie kostet im UVP um die 200 Euro im Vergleich zu anderen Jacken echt gut ist. Ich für meinen Teil kann feststellen, dass Montaigne auch mit der Minimus Light immer noch so gut ist wie damals, wie ich sie kennengelernt habe. Und ich kann euch das gute Stück nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zur Montaigne Minimus Light, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Unsere GearHeads, die helfen euch da gerne weiter. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Das war's von mir. Macht's gut. Wir sehen uns draußen. Euer Jörn. Bis zum nächsten Mal.